Herzlich Willkommen Leute zu einer Runde Overwatch. Heute mit Kundran und Kapuze. Guten Tag. Es ist ewig her, dass der letzte Overwatch Part online gegangen ist und genau so ewig ist es auch her, dass ich aktiv gespielt habe. Aber es haben viele von euch gefragt und jetzt ist es da und jetzt mal schauen, ob ihr wirklich Overwatch sehen wollt. Und wenn es gut bei euch ankommt, dann setze ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit in das Game. Ich spiele Doomfist, habe ihn mir jetzt einmal angeguckt, aber das war es dann auch. Also und jetzt mal schauen, ob es dann auch wirklich gut läuft mit Doomfist. Auf jeden Fall ist Doomfist der Charakter, warum ich Overwatch überhaupt erst wieder spielen würde. Weil ich sonst nur Soldier mag in Overwatch. Und Junkrat, aber Junkrat eine ganze Zeit lang nicht gut war. also Top Tier. Er hat immer Spaß gemacht. Junkrat ist halt immer lustig. hab noch ein Abkett. 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 Von wo kommt er? Ich will meine Faust links um links um links um links um links um links um ich nehme den punkt er ist noch dabei dass ich den dass ich den gorilla da gut weg geprügelt habe denn winston war mega nice dass das geklappt hat hier nicht gedacht winston kassiert hier schon wieder wo ist er wo ist er hier abgab hier hat er ja über die dann oder jetzt ist er auf und so weiter ja auch abgab klatsch an die wanden hier was war das für eine aktion weiter 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 du fährst gib ihm gib ihm äh da oben wer ist das make free abgab ja und abgab nein oh shit da ist ein handel den haben wir mal weg gemacht ja die abgab roboter dauer da ist die verrückte mitten roboter was ist hier los was ist hier los doomfist ja ha 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 da kommt der angecheck das ist auch krass ach du 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 ach ha 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 Das war 1 Minute 59. Das muss reichen für ein Video. Ich glaube wir machen den Cut und sehen uns gleich wieder. Bis dann, schau. Dann sind wir wieder zurück. Die Map kenne ich nicht. Kunran, was ist das für eine Map? Ne, die habe ich auch noch nicht gespielt. Das ist schon schlecht. Overwatch ist gerade schlechter geworden. Das ist aber der Mond. Der ist auch im Weltraum. Ja, aber der Mond geht noch. Ja, guck, kannst du hier raus gucken. Ne, wir sind da auf dem Mond. Ok, ja, ich muss mich ein bisschen umschauen. Sie lernt rostlos aus. Jaja, die Map ist ein bisschen langweilig. Ich habe keine Ahnung, ob sie im Rank nicht kippt. Ich spiele eigentlich nur Rank. Welche? Die in Deutschland, die wo die heute... Eichenwalde. Die finde ich super geil. Irgendwann ist kein Tank jetzt. Jaja, stimmt. Ok, von wo kommt ihr denn? Ich will die anchargen. Wo ist denn die Base? Von der roten Linie da. Ich hätte auch gedacht von der roten Linie. Das heißt, ich kann hier stehen. Ich muss ja irgendwie rein chargen in die Crowd. Oh, hier geht's auf. Hallo? Ich bin draußen! Draußen ist mein Schwere los! Wieder rein, wieder rein. Oh Gott, hier geht's runter. Da wollte ich nicht hin. Mercy down! Und die verliert den Roboter! Down! Hinterher, wo ist sie? Ah, ich bin schon tot, oh. Die Map ist groß. Oh, ich muss so ewig, ich gehe ewig gestern zu euch. Schon besser. Du kannst sogar durch die Tür durchschauen. Dalu! Doomfist! Brai! Oh, yes! Ich bin wieder rein. Ich musste ja noch einen anderen Doomfist verprügeln. Die sollen mal Close Combat kommen. Wie wär's mit Nahkampf? Fernkampf kann ja jeder. Im Nahkampf wird geprügelt! Oh, nein! Ich bin da rumgegangen! Oh Gott, nein! Ich bin da rumgegangen! Ich bin da rumgegangen! Oh Gott, nein! Ich bin tot! Auf einem riesen Fehl! Zum Werk haben! Aber die Sombra... Ah, ja! Das Ding ins Junker ist da mega an der Stelle! Was ist das denn für eine kleine Ecke? Für die Sombra komme ich nicht hin. Lohnt es sich zu chargen? Ja, ich glaube, man ist schneller. Lohnt es sich auch eh zu drücken? Hier hinter uns irgendwo! Stimmt, du hast recht! Tracer! Also mich hat ein Reaver gekillt. Oh! Fuck! Help! Ja, da ist... Hallo! Hast du da die Wand geklatscht? Ja, ja. Das ist unglaublich stark, das gegen die Wand klatschen. Das ist echt witzig! Es wird bestimmt genurft! Wer ist denn da drin? An die Wand! Und... UpCat! Wir haben Down! Down! Wo ist denn... Wo sind die anderen denn? Reaper? Oh! Der Reaper hat er! Der will mich haben! Der will mich haben! Nein, der hat gar nichts! Hat der! Doch, doch! Er wollte mich haben, aber... Engie! Oh, Mercy! Entschuldigung! Der kommt drin! Keine Ahnung! Der kommt drin! An die Wand! Pass auf! Hinter uns sind welche! Hinter uns ist Keine Ahnung! Hinter uns ist Keine Ahnung! Oh, da du! Ich hab noch einen gekillt! Und... Das kommt wieder! Ja, Helden sterben nicht! Aber... Die kommen halt eh nicht durch! UpCat! Oh! Ich mach mal um die andere! Da! 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 Alle wieder rein in ihre Base! Hau mal ab, bitte! Hahaha! Doomfist, Alter! Das ist so ein geiler Charakter! Alter, links will was durchlaufen! Das mag ich gar nicht! Oh oh! An die Wand! Hehehe! Bleib liegen! Riddow! Riddow! Und jetzt ist die Riddow da! Wenn ich Uppercut hör! Dann kann ich nur eins machen! Uppercut! Na dann! Du wirst man auch verprügelt! Wuhu! Der scheint echt gut zu sein! Ach du! Die kommen ja gar nicht raus! Die Puppe los! An die Wand! Oh! Oh! Widow make it! Nein! Ich hätte ihn noch fast gehabt! Ich höre so ich! Da tappt einer! Jungs! Äh! Echt? Ja! Dann tippt einer! Ja! Dann zurück! Ist umkämpft! Get down! Get down on the ground! Ja! 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 Das ist vom Mond gefallen! Hehehe! Genji! Komm her! In den Weltraum! In den Weltraum! In den Weltraum geprügelt! Oh! Kaput! Oh Gott! Ja! 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 Ma? Yeah! so gut gefällt, egal ob der genervt wird oder nicht. Ich glaube, ich kaufe mir für den jetzt die goldene Waffe. Den goldenen Arm. Was kostet das? 3000 Ranked Punkte. Hast du so viel? Ja, ich habe ja schon immer Ranked gespielt. Also, bis gleich, Leute. Bis gleich. Und da sind wir wieder zurück. Dritte Runde Overwatch. Hier, ich habe ein neues Spray-Logo und meinen goldenen Arm. Und ich finde das Spray-Logo so gut. Man sieht es gar nicht. Ja, hier. Rechts unten, unten rechts Schlag. Wie bei Street Fighter für den Uppercut. Das ist der Uppercut? Ja, die Shuri-Yuken-Motion. Ja, aber ich wusste nicht, dass das auch der Uppercut ist. Das ist so lustig. Das ist witzig. Da geht es raus. Und ich habe den goldenen Arm. Oh ja, du hast die. 3000 hat der kostet so, gesagt, gar nicht? Ja, 3000 Ranked Points. Genau, genau. Wie viel wartest du? Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall immer noch viele. Achtung, du bist das für mich. Eingekillt. Zwei. Zwei Leute habe ich gekillt auf dem Spot. Drei Leute noch drauf. Ich habe, kommt 2-for-1-Trade. Ist doch ein guter Start. Ich finde, mich haben sie leider instant aus meinem Ding geholt. Total leak. Wir sind im... Auf den Pump, Kapuze, du bist hier am Spot. Ja, okay, okay, okay. Immer objective-basiert spielen. Ja, aber ich bin Sniper. Ja. Ja, aber da macht der Charakter keinen Sinn. Ja, dann muss ich einen anderen nehmen. Also man spielt immer auf objective und nicht auf zerken. Will ich den Soldier? Ne, der wird schon gespielt. Brauchen wir. Nimm was, was ich kann. Nein, komm schon auf den Stipp. Okay, sie haben hier einen Affen. Dr. Mercy im Bereitschaftsdienst. Ich kann auch den einen Move aus der Luft draus machen. Das wusste ich noch nicht. Dann habe ich abgenommen. Ich brauche Heilung. Ich bin genau da. Ich heile dich, heile dich. Alles gut? Wir ran. Oh, 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 oh. Tappen, tappen, tappen. Ja, wir sind drin. Ah, wir brauchen. Eine Stunde hat gespielt. Achtung, er hat liegen. Moment. Nein, nicht voll. Lucio muss doch gut sein auf der Map. Ja, ich bin Lucio. Lucio ist geil auf der Map. Und noch einer? Kann noch einer auf dem Spot? Auf der Map müsste ich echt ein bisschen. Oh, die sind vom Spot gegangen. Wie nein. Geh ran. Die sind runtergegangen, obwohl wir am Tappen waren. Jetzt tappen die aber zurück. Ach, hier oben lang bringt nichts. Das vergesse ich immer wieder. Echt? So einfach fickst du mich nicht. Ah, Boys. Der Scheiß Affe, ey. Wir müssen halt zusammen rein. Wir zerren noch raus und ein bisschen überdrucken. Und jedes Mal ist einer von uns... Okay, das Ultima vollkommen gerastet. Komm, lass mich da rein. Ich bin hinter dir, Jones. Ah, nicht oben lang, das bringt nichts. Achso. Jetzt wollen sie mich da schon wieder raus. Wir sind drin, wir sind drin. Wir brauchen einen fetten Tank der Reiten. Wir haben keinen einzigen Tank. Doch, Kunrad auf Tank. Wir müssen halt da alle zusammen rein. Wir müssen jetzt gemeinsam rein, ja. Ja, ja. Ich hab gleich nochmal Ulti. Also ich werd nochmal eine Ulti kriegen. Wir fangen uns in der Base ab. Wir sind nur vier da. Nein, ich... Ich bin leider am Affen, äh am... Du bist an der Ulti auch gestorben, gell? Ja, ja. Ne, ich bin... Also an der Ulti bin ich aus meinem Roboter raus. Okay, wenn wir jetzt nicht nochmal... Wir könnten vielleicht nochmal drauf. Ich hab eingekillt. Ja, es muss einer drauf. Wer ist mir nicht schockiert? Ich bin drauf, aber... Es muss einer drauf, ja, ne? Ich bin drauf, ich bin drauf. Ach, das funktioniert hier schneller als bei TTT. Nein, ich bin nicht wieder drauf gekommen. Mich hat der Affe halt runtergeschlagen. Ja, ja. Winston ist echt krass auf dem... Was ist, wenn du Winston spielst? Ja, den Chris aber auch Instant tot. Bin es du? Winston's Schild ist kacke und... Ich hab mir gleich mit Lucio gespielt, weil... Ja, ist auf dem Ebay echt nice. Ich bin wieder da. Aber wir haben auch einen Winston. Aber wir hatten aber auch einen Hanso. Schaut auf dieses Thema. Warten wir auch. Das war so kein Ausreden. Ich fühle die Nationen aller denkbaren Missionsabläufe durch. Gleich wird es ernst. Voll in Konzentration. Ach, wenn ich das so tue, leuchtet so cool eben mit Overwatch. Vielleicht kann ich das Ding jetzt als Rampe benutzen. Shit, zu früh. Geht, boys, schneller. Auf geht's. Man sieht hier die Range von Lucio, glaube ich, ist das. Ja, ja, genau. Ja, ja, ist die Rampfen. Ich hab hier gut Damage gemacht. Hinter uns ist irgendwie ne... Hab eingekillt. Ja, noch einer down. Die sind gut, die haben gut kassiert. Der Soldier, glaube ich, ist, dass der da noch lebt. Ne, Hanso von euch. Die Rampfen nicht hinterher. Schön, das sieht auch, das sieht gut aus. Okay, wir haben den Open, ne. Ich mag den Open, ne, ey. Übernehme den Zielpunkt nichts. Widerstand kannst du weiter... Ich bin aber auch die Zergmeister. Ich war nicht auf dem Spot, ich war links und versteckt in so einer Ecke, sag ich mal. Ja, und die haben trotzdem mal Soldier und Hanso auf mich gezielt und ich auf dem Spot. Aber ja, es... Oh, sie hat mich, okay. Die haben... Haben wir noch wem auf der Zone? Die Stunde hat geschlagen. Du... Du... Ach, schön, ob das Ziel hat. Ah, ne. Okay, wir müssen uns wieder sammeln. Das bringt nichts, wenn wir in den Einzelnen reingehen. Oh nein! Ja, dann warte, Kunran, dann haben sie alle. Das eigentlich? Nein. Echt? Der Typ läuft durch den... Wow. Ja, das denkst du mir auch gerade. Lass von links gehen. Oh nein! Ich bin der Schlag! Ich bin der Schlag! Ich hab... Also der Soldier steht da oben noch. Ich hab... Der hat Ulti an. Ihr braucht einen Counter-Ulti oder so. Ja, versteckt dich einfach dahinter. Versteckt. Ja, ich bin tot. Ich versuch euch gleich. Das ist... Neutralisiert. Aber wir haben es wieder reingenommen. Ja, ja. Ja, wir sind wieder drin. Ja, aber die sind eher da. Also von denen gegen uns fahren alle eher, bevor wir da sind. Oh, ich bin tot. Ja. Die sind wieder vorderen. Die führen uns neu. Die führen... Ich bin wieder drauf. Oh Gott. Ich bin down. Ich hätte gerne einen Heiler eigentlich. Das wäre ein... Ich bin doch ein Heiler. Das ist ja passiv. Auf dem Spot. Nein! Nein! Aber es war gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Sind aber wir uns welchen in der Base? Ja, das wäre egal. Macht ja nichts. Führen wir den Punkt. Hinter halt Rotor wieder sehr nice. Oder... Winston ist halt... Ich glaube ich auch recht. Ich bin doch nicht so viel. Ich bin doch Winston halt gerade. Du hast ihn. Okay, exactly. Winston ist low und den habe ich gut verprügelt. Okay. Versorgt hier eure Wunden. Das ist ja. Da, der kommt zurück. Ach, fuck. Ich habe den Hanse noch gut down geprügelt. So, wenn sie jetzt nochmal drauf kommen, ich habe auch nochmal ein bisschen. Ja! Winston ist da! Ich habe dich im Visier. Ja, länger. Fliehen ist zwecklos. Ja! Achtung, Trace ist natürlich ein... ...guten Flug! Alle nochmal drauf, Boys. Alles drin? Wie auf dem... Die Stunde hat geschlafen. McFree. Nein, das war Gegner, McFree. Jetzt einfach nur stehen bleiben. Ja. Okay. Hardest Match, hardest Match. Mein Ulti habe ich einfach nur noch ein bisschen... Alter, damaged. Der macht... Also Doomfist ist ein reiner... Offensiv ist es ein Monster und macht so viel Spaß. Sehr geil. Ich hätte aber echt viel Bedenken, Doomfist im Rank zu spielen. Also weil... Ja, weil du sehr... Wenn du reingehst... Also im Rank ist es ja so, du verlierst einen Angriff, wenn du halt einen Opener hast. Wenn du zu früh reingehst... Also du bist ja so ein bisschen der Initiate irgendwo. Und ich glaube, da musst du ein bisschen anders spielen. Also ich weiß, dass viele Leute im Chat bestimmt schon Ranked und Doomfist gespielt haben. Aber ich sehe Doomfist als ein Spieler, der eine Rolle einnimmt, der auch echt viel falsch machen kann. Weil du halt... Weil du halt... Rein Nahkampf bist. Okay. Sollen wir doch das teure Mitteln gegen Ja, oder? Ja! Guter Sprung! Habt ihr den Boost gesehen? Auf der Seite kam keiner. Einer schon auf dem Spot, bin auch fast tot. Oh, shit. Auf dem Spot, Reus. Gut gekillt. Da, du nice. Bin wir auf dem Weg. Hab noch einen. Okay, wir nehmen einen, wir nehmen einen. Verteidigen. Okay, wir haben eingenommen. Hab Tracer an die Wand geprügelt. Ja gut, kommst du zu mir für Heilung? Die werden ich jetzt sammeln, deswegen. Lucio. Hab McCree. Roadlog von der Map. Ich will hier nicht runter. Nee, er lebt noch. Ich bin an einem Stein hängen geblieben. Gegen Roadhog darf ich mich nicht anlegen. Das ist immer noch ein Monster, der Typ. Ich glaub Capruzzo Roadhog ist hinter dir, der will dich rufen. Der will deinen Hintern. Der hat echt von Lucio verarscht. Ja, alle tot, alle tot. Ja, ich bin tot. Ja, ja. Wensten, versuch's nochmal, das ist Kun dran. Ja. Einfach noch ein bisschen abhalten. 3%. Ne, ne, jetzt will ich sammeln. Okay, sammeln. Sammeln doch. Aber der, der von ihr. Ja, die wollen alle wieder reingeben. Ihr seid eh. Ich glaub, das ist nur ich. Oh, ich brauch Heilung. Da ist. Kommt zu mir Boy. Wurde gerade von unserem Maid die Heilung genommen. Okay, er brauchte sie natürlich auch. Ich bin auf dieselbe gerammt wie er. Ich glaube, wenn wir uns jetzt nicht sammeln, werden wir verlieren. Ja. Aber das Ding ist, die laufen halt immer alle rein. Die müssen halt warten. Es ist halt casual. Aber es ist ihnen ja egal vielleicht. Geht ja um nichts. Die haben Tracer verloren. Komm, 5 und 6. 4 und 6. Bereit für eine ultimative Schicksal. Okay, renn, 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 renn. Nein, ich bin wieder runtergefallen. Ich nehme den. Wir sind da auf dem Punkt drauf. Dallo, komm zurück, komm zurück. Ja, ja, bleib drauf. Hab Tracer gekillt. Also, die ist wieder runtergesprungen. Kannst du mich heilen? Ich stehe am Spot. Ja, ja. Geht dir nur über Zeit bei. Jetzt ist schon wieder einer tot. Und wenn jetzt alle wärmen sind, dann wieder runterzahlen. Ich musste sie von der Brücke versuchen zu stoßen. Ich hätte drei killen können. Counter-Ulti. Das war Multi-Kill gerade. Bist du wahnsinnig. Dafür ist deine Ulti dann immer gut. Meine? Ja, damit wir... Ich habe sie nicht. Ich kann zulegen. Aber wir sind alle am Leben. Einer von denen ist tot. Ja. Ich habe meine Ulti jetzt. Von uns sind auch zwei tot. Drei tot. Ich habe eine gute Ulti gelandet. Keeper down. Lucius noch oben an der Wand. Wie doof ist das? Ich bin da. Das ist ein spannendes Match zum Abschluss. Ja, das wird schwer. Die haben Ultis, glaube ich, noch. Doof ist gekillt. Ja, ja. Ich habe Tracer gekillt. Oh, das war's. Die Stunde hat gar nichts, Kollege. Abgekehrt hat die Stunde. Boom, Sucker. Die Stunde hat gar nichts, hat die. Doof ist hat geschlagen. Gute Runde. Das ist der goldene Arm. Schön. Ja, okay. Das war die Ulti. Ja, das war der. Triple H. Hat Spaß gemacht. Das war geil. Das war spannend. Ja. Auch wenn wir... Jetzt kommt halt die Ulti. Ja, ja. Stirn. Ja, stirn. Stirn. Ja. Hat ihm aber auch nichts gebracht. Da kommt der Kapuza, hat er auch noch nicht. Oh, danke. So, damit ist der Part zu Ende, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, schreibt einen vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann und ciao. Tschüss. Tschüss.